So, da sind wir auch endlich mal wieder zurück in Fortnite, nachdem ich jetzt so viele Valheim-Videos hochgeladen habe. Ich denke mal, das kriegen wir jetzt auch easy wieder hin. Einfach wöchentlich die Aufgaben für euch, auch die Leaks und so. Ich dachte, ich habe irgendwie wieder Spaß daran gefunden, in Fortnite auch wieder Gas zu geben, nicht nur jetzt in Valheim. Ich denke mal, viele haben es damals mitbekommen. Ich bin halt zu Twitch rübergegangen. Warum? Ich konnte Musik hören. Kann ich jetzt nicht mehr. Also, in dem Sinne kann ich auch wieder auf YouTube gehen. So, aber worum soll es gehen? Wir gehen kurz in die Aufgaben rein. Einmal komplett lost. Lol. Aufgaben? Aufgaben? Hallo? Da sind die Aufgaben. Was müssen wir machen? Gebäude bauen. 60 Stück. Wie mache ich das? Ganz einfach. Wir sammeln hier einfach Holz. Also, ich weiß, das ist halt auch so ein Grund, warum ich teilweise keine Aufgaben mehr hochgeladen habe. Das ist wirklich eine Aufgabe, jetzt 60 Gebäude zu holen. Also, in Anführungszeichen. Wir haben schon 150 Materialien. Sowieso schon von Grund auf. Was müssen wir jetzt machen? Eigentlich nur bauen. Aber, wenn ihr das mit YouTube-Kampf machen wollt, einfach Truppenkeile rein. Und dann würde ich sagen, Materialien farben so schnell wie möglich. Mit wem ballert der denn da rum? Und dann wieder einer, der das erste Mal Fortnite startet. So, dann einfach irgendwelche Gebäude bauen. Zack. 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 Na, zählt das? Oder wollen die mir jetzt sagen, es geht anders? Aufgabe. Da habe ich mich einmal hochgebaut und das zählt nicht. In dem Fall auch noch. Hallo. Ich baue Gebäude. Ich wollte schon sagen, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier wieder runter? Einmal runterfallen lassen. Zack. So, wie viel fehlen mir jetzt? Oh Gott, nochmal. Also, gehen wir einfach weiter. Ich denke mir, ich kriege das sogar hin in einer Runde. Ich dachte eigentlich, das zählt dann die Aufgabe nicht weiter, aber wir können ja schon direkt die zweite Aufgabe anfangen. Was will er denn von mir? Zack. Und die nächsten. Also, wie ihr seht, ihr könnt es ganz easy machen. Was hat er denn vor? Ach, wollte er mich etwa abbauen? Der weiß schon, dass wir Gruppenkeile spielen. Ich sage ja, ihr müsst das jetzt nicht explizit so machen wie ich, aber ich mache es halt jetzt einfach fürs Video, damit ihr einfach wisst, was ihr machen müsst. Also, einfach nur ganz normal bauen, aber ich denke mal, wenn ihr ganz normal weiterspielt, wie sonst auch immer, ist das so easy. Weil ich versuche halt jetzt wirklich alles in einer Runde hinzukriegen, weil ich versuche jetzt wirklich alles in einer Runde eventuell hinzukriegen. Also, wir können auch noch die anderen Aufgaben angucken, vielleicht sich mal ein bisschen Valheim angucken, vielleicht gefällt euch das Spiel ja auch noch. Wer kringelt jetzt hier? Jetzt habe ich natürlich gar keine Zeit. So, bauen wir hier. Oh, lol. Allein theoretisch, man kann sich auch einfach, warte mal, double bauen. Warte, müsste ja noch schneller gehen, oder? Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ich hoffe, keinem wird schwindelig. Zack, zack, zack. Aber ich glaube, das bringt flächenmäßig eigentlich mehr Materialien weg. Und nein, ich bin immer noch nicht besser geworden in Fortnite. Jetzt kommt mir bitte keiner in den Kommentaren, guck mal, wie ihr 90s flexet. Das ist für mich kein Flexen. So, 240 brauche ich jetzt. Also, solange ich noch hier bin, kann ich wenigstens in Ruhe farmen. Die Aufgabe auch. Ihr seht, oben links die Aufgaben rattern nur so durch. Aber ich komme natürlich weiter mit. Ich will es nicht wirklich starten in der kompletten Runde. Wenn wir gleich gestorben sind, wollte ich mich gucken, ob der Map, ob es in einer Runde machbar ist, oder ob sie wieder dann, keine Ahnung, als letzte Aufgabe 1000 Bauteile bauen oder so. Also, ihr seht ja, guck mal, ich habe jetzt schon wieder 500 Metz. Natürlich, wenn ihr im Weeping Wood landet, easy. Also, Materialien braucht ihr euch eigentlich gar keine Sorgen machen. Zack, 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 zack. Ich brauche mir noch ein bisschen Gold mit. So, jetzt einmal sterben. So, wie viel brauchen wir jetzt? 240. Also nochmal 60 Teile. Das müsste eigentlich dann schon die letzte Aufgabe sein. Meine ich jedenfalls. So, jetzt will ich aber hier den Baum noch haben. Und ich habe mir keine Pistole mitgeholt. Hätte ich nämlich schon richtig die nächste Aufgabe machen können. Aber jetzt mal ohne Quatsch, schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr die Aufgaben? Also, ich fand eigentlich, wo ich angefangen habe mit YouTube, die Aufgaben waren zehnmal schwerer als die jetzigen. Weil jetzt ist im Prinzip, kriegst du auf der Map genau gesagt, was du machen musst. Oder zumindest mal in der Nähe. Wetten, jetzt gib mir hier noch irgendeinen einen Keks. Oh, er baut sich auch einfach nur hoch. So, jetzt haben wir gleich schon wieder 1000 Holz voll. Wenn man die Aufgaben noch nicht hat, kann man eigentlich perfekt mit Holz abbauen. Das hast du nicht gesehen, aber das hat ja natürlich schon alle fertig. Und ihr seht ja, ich habe halt nur bis Level 100 gespielt, auch im Live-Stream. Aber, ach, wegen Streamen. Ich stream jetzt auch wieder auf YouTube, ne? Also, wer da mal vorbeigucken will. So, dann würde ich sagen, kommt auch der Baumeister und seine Freunde. Ach ja, müsste eigentlich, wenn ich jetzt alle Metz verballert habe, müsste das eigentlich passen. Außer irgendwie, so die baut sich natürlich wieder ab. Die kennen ja die kleinen Kiddies. Eieiei, voll aus dem Flow raus. Gucken, ob es reicht. Zack. Eigentlich wollte ich da noch eine Wand hin. Okay, ich komme zu oben hin oder werde ich abgeschossen? Dann müsste ich nicht mal langsam die Teile haben. Ah, ich habe nur das Geräusch schon gehört. Die Metz habe ich auch keine mehr. Das war's. Ganz easy in einer einzigen Runde geschafft. Das war dann die legendäre Aufgabe in dieser Woche. Also ohne Quatsch. Könnt ihr jetzt verstehen, warum ich eine Zeit lang keine Videos hochgeladen habe, was Aufgaben betrifft? Guck mal, ich habe eine legendäre Aufgabe jetzt innerhalb von sieben Minuten komplett fertig. Oder will Epic Games uns einfach nur ganz easy, ganz entspannt XP geben? Also, wie gesagt, ist kein Clickbait gewesen. Damit, dass ich das in einer Runde schaffe, könnt ihr ja auch machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß beim Nachmachen. Ihr seht, ich habe jetzt noch Zeit, die Kills zu machen ein bisschen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Falls ihr Hilfe braucht, kommt gerne im Livestream vorbei. Wenn du noch kein Abo da gelassen hast, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.